Hallo und willkommen aus dem AppointMed Home Office. Mein Name ist Patrick und ich bin einer der Gründer von AppointMed, der unkomplizierten Praxissoftware. In den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit dem Thema der Praxisgründung in der Physiotherapie auseinandergesetzt. Wann macht es Sinn, eine eigene Praxis zu gründen? Was muss man rechtlich beachten und welche Behördenwege sind zu gehen? Welche Kosten kommen auf mich zu und wie komme ich zu meinen ersten Patienten? Wie kann ich das Wachstum der Praxis beschleunigen, ohne gleichzeitig den Überblick zu verlieren? Das und vieles mehr haben wir bereits in unserer Kolumne am Blog und in einem kostenlosen E-Book behandelt und für alle, die im Fitnessstudio, im Zug oder einfach nur zu Hause gemütlich auf der Couch hinter die Kulissen einer Praxisgründung blicken wollen, haben wir uns mit Julian und Christian zwei absolute Experten der Physiotherapie geschnappt und deren ganzes Wissen in die erste Staffel unseres neuen Podcasts gebündelt. In acht Folgen zeigen dir Julian, Christian und unsere Moderatorin Olga den Weg in die Selbstständigkeit. Viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns auf dein Feedback.